So meine Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute habe ich mal wieder einen heftigen AFK Money Glitch für euch am Start. Mit diesem Money Glitch macht ihr alle paar Sekunden 3000 GTA Dollar. Ihr macht also wirklich eine Menge Geld in kurzer Zeit und ihr persönlich müsst nichts machen. Ihr braucht nur einen Freund und am besten auch ein Gummiband, dann geht dieser Glitch einfacher. Habt ihr keinen Freund, dann schreibt euren Ingame Namen in die Kommentare, verabredet euch und zockt miteinander. Lasst dem Video auch gerne einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand in GTA Online zu sein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem AFK Money Glitch. Let's go! Starten wir jetzt mal mit dem Glitch und dafür geht ihr jetzt erstmal in eine Einladungssitzung. Und jetzt habe ich euch in den Kommentaren Spielelisten verlinkt. Einmal für PS4, für Xbox One und für den PC. Da müsst ihr einfach draufklicken und diese Spieleliste in euer Spiel markieren. Dann startet ihr sie einfach und ladet einen Freund ein. Warum eine Einladungssitzung? Denn wenn ihr eine Einladungssitzung habt, dann habt ihr sieben Runden und verdient damit mehr Geld. Seit ihr im Job angekommen, müsst ihr euren Linken-Stick nach vorne fixieren, dass euer Charakter, sag ich mal, nach vorne läuft. Und keine Sorge, die erste Runde, da bekommt ihr noch kein wirkliches Geld. Da bekommt ihr zwar 200 Dollar, aber das ist ja ein Witz. In den nächsten Runden bekommt ihr dann immer 3000 Dollar auf euren Nacken und das jede Runde in ein paar Sekunden 3000 Dollar ist auf jeden Fall richtig heftig. Und dazu kommt, wenn ihr einen Job mit sieben Runden komplett fertig habt, bekommt ihr nochmal extra, hört zu, extra 30.000 Dollar. Nur für den Job allein. Also ihr bekommt in einigen Sekunden immer 3000 Dollar. Und am Ende vom Job bekommt ihr 30.000 Dollar. Ihr habt eine Spieleliste mit ungefähr, ich glaube, das waren 15 Jobs. 15 mal 30 Leute. Allein für die Jobs. Da sie zu Ende gespielt werden. Und dann nochmal 3000 alle 3 Sekunden, beziehungsweise alle 3, 4, 5, 6 Sekunden. So ein paar Sekunden sind es halt. Aber Leute, das ist unschlagbar. Einen besseren AFK Money Glitch gibt es nicht. Und dazu ist dieser AFK Money Glitch, sag ich mal, legit. Ihr könnt dadurch nicht gebannt werden. 100% keine Banngefahr. Denn ihr spielt, sag ich mal, einen ganz normalen Job. Und das ist, sag ich mal, ganz normales Earning. Ich weiß nicht, wie ich es richtig erklären soll. Aber Leute, ihr könnt dabei nicht gebannt werden. Und deshalb ist es unschlagbar. Diesen Glitch sollte wirklich jeder von euch machen. Und man weiß ja auch nicht, ob er irgendwann mal gepatcht wird. Also einfach mal machen, Leute. Wirklich, guckt in die Kommentare, markiert es euch. Ich muss nochmal ganz kurz was anmerken. Und zwar an die PS4, Leute. Diese Spielliste, die ihr markieren könnt, habe ich erstellt. Das heißt, ihr habt genau das gleiche, was ich im Hintergrund spiele. Da ich keine Xbox habe und keinen PC habe. Also ich habe schon einen PC, aber nicht GTA auf dem PC. Kann ich die Spielelisten nicht für Xbox One und für PSC erstellen. Deshalb werde ich euch andere gute Spielelisten in den Kommentaren verlinken. Wo ihr auch richtig viel Geld bekommt. Nur als kleine Randinfo. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch GTA für den PC holen. Damit ich auch ein bisschen auf dem PC was machen kann. Könnt ihr mal reinschreiben, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Und ich finde es eine gute Idee. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht diesen Money Glitch auf jeden Fall. Solange wie er geht. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wenn ihr meinen Kanal feiert. Und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand in GTA Online zu sein. Wer neu auf diesem Kanal ist, ich bin der Piero. Ihr seid die Piero-Army. Und auf meinem Kanal findest du tägliche Videos zur GTA Online. Tipps und Tricks, Money Glitches, Money Guides. Alles rund um GTA Online. Jeden Tag Videos. Heute zwei Videos. Morgen sicherlich auch zwei Videos. Also, Leute. Ich hab einfach Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgenmenschwerpunkt. Ablaut rein und ciao, Leute.